Hi, ich bin Joshua Zekte, ich bin 18 Jahre alt und ich bin Stürmer bei FC Bayern München. Ich bin Brian Arambi, ich bin ein Defensive Player und ich bin 16 Jahre alt. Hi, ich bin Sarpreet Singh, ich bin ein Attacking-Midfielder und ich bin 20 Jahre alt. Ich bin Leon Dayaku, 18 Jahre alt und spiele rechts außen. Hi, ich bin Chris Richards, 19 Jahre alt und ich bin Beteiliger. Ich bin Oliver Badista-Meyer, bin 18 Jahre alt und spiele links außen. Es ist unglaublich. Es ist gut, dass wir nach der Weihnachtszeit wieder zurückkommen sind und ich freue mich, dass wir hier sein. Es ist sehr schön, wir freuen uns darauf. Es ist anstrengend, aber es ist gut für uns junge Spieler. Das Spiel ist sehr schnell und sehr intensiv. Ich musste mich nicht geben und ich bin der Person, der ich bin. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass mal auch ein älterer Spieler zu uns kommt und sagt, hey Jungs, das ist eure Chance, gebt alles. Man lernt jeden Tag dazu und es macht einfach nur Spaß, mit den Jungs hier dabei zu sein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, Josh ist wirklich klinisch, 1v1, in front of goal. Er ist ein großer Körper, also er weiß, wie er den Ball aufhalten und wie er seine Körper orientiert hat, um seinen Defender zu schießen. Er ist eine Maschine. Er ist 16 Jahre alt, aber ich glaube, dass ich nie jemanden wie das als 16 Jahre alt gesehen habe. Aber ja, natürlich ist er auch technisch gut. Er ist eine Maschine. Er ist schnell vor einem Innenverteidiger und Außenverteidiger, kopfstark, kann hochspringen, zweikampfstark und macht auch wenig Fehler mit dem Ball. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Trippling. 1 gegen 1 würde ich sagen. Schnelligkeit und Trippling, würde ich sagen. Ich denke, er ist sehr scharf auf dem Ball, sehr skillful, sehr unpredictable. Man weiß nicht, wo er geht und das ist gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ich bin voll. I'm a full Ghostcapin.